Ja, was soll ich sagen, meine Lieben? Ja, Millionen-Challenge, Update, genau. Also aktuell sind wieder viele Sachen bei Ebay drin, viel, was auch verkauft wird. Nächsten Monat geht's in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt, auf mindestens zwei, vielleicht sogar drei Flohmärkte. Weil jetzt auch dazu kommt, dass ich ab dem 1.3. wieder arbeiten gehe. Leider nicht ganz, so wie ich mir eigentlich gedacht habe, aber egal. Also am 1.3. ist der Arbeitsvertrag und am 4. der Montag ist dann der erste Arbeitstag. Aber ein paar hundert Euro mehr im Monat, die ich mehr zum Investieren habe, wird sich auf jeden Fall bezahlt machen. Und ja, dementsprechend wird sich dann wieder ein bisschen was im Alltag ändern. Aber bis dahin hoffe ich, dass ich zumindest mit dem Sortieren so weit fertig bin, dass ich die Sachen nur noch bei Ebay reinkloppen kann und weghauen kann.